Für den nächsten Erfolg porteln wir wieder ins Hotel und Realität einfach zu diesem Teleporter. Dann laufen wir hier einmal nach links zu dem Aufzug, der sich hier befindet. Wenn wir unten angekommen sind, laufen wir zu der letzten Tür, die hier vorne ist und klopfen hier einfach nur an. Das machen wir jetzt so lange, bis wir alle Türen durch haben, die sich auf dieser Etage befinden. Eigentlich relativ simpel, brauchen wir eigentlich nur einmal. Gehe ich jetzt mal von aus. Und weiter geht's. Ein paar haben wir noch. Ein paar ist gut. Okay. Und das ist ja das. Weiter geht's. Wir sind fast durch. Und die letzte müsste diese Tür sein. Dann haben wir den Erfolg. Und so ist es. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.